Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Serpent Review. Ihr wisst ja, dem Format, bei dem ich euch die besten Skyrim-Mods vorstelle. Da ich heute leider nicht allzu viel Zeit habe, habe ich euch aber eine kleine, aber feine Mod mit dem Namen Unique Uniques rausgesucht, von dem bekannten Modder Insanity Sorrow. Könnt ihr bestimmt alle. Die Mod ändert die Textur von verschiedenen Waffen, die im originalen Skyrim zwar einzigartigen Namen, aber nicht einzigartige Modelle haben. Jetzt seht ihr diese neuen Modelle, die das Spiel natürlich umso schöner machen. Musik 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 Lass mir doch einen Daumen hoch da, teilt das Video mit euren Freunden, wenn euch die Mod gefallen hat, endorse die Mod, der Autor und Übersetzer werden sich bestimmt freuen. Links wie immer in der Beschreibung und dann sehen wir uns übermorgen hoffentlich wieder. Tschüss!